Hallo und herzlich willkommen zu Gordon Kashi, da sind wir wieder mit Alice Madness Returns, leider Gottes, leider Gottes, ich war immer noch zu faul, dieses ewige, bitte aktiviere das Spiel wegzumachen, oh mein Gott, war so klar, ich muss mich immer bewegen und die scheiß Fiecher kommen wieder hoch, nee, ja, wo war ich stehen geblieben? außer mit stirb, ja, hm, ja, ich war hier stehen geblieben, irgendwie, irgendwo, irgendwann, das Mikrofon sitzt scheiße, yay, ich muss immer noch sagen, es nervt mich von wegen, bitte aktiviere dein scheiß Spiel, es nervt mich immer noch aber aber hab ich ihn ja gerade bewegt achso aber wenn ich mal so zurück, zurückdenke eigentlich eigentlich hat das angefangen mit diesem aktiviere bitte dein Spiel seit EA wieder offiziell wieder bei Steam verfügbar ist also just in dem Moment beziehungsweise seitdem ich meine, dass EA nicht bei Steam vorhanden war, hat das jahrelang alles wunderbar funktioniert aber das heißt Jahre über die Zeit, wie es angedauert hat, hat alles wunderbar funktioniert jedes vermeintlich von mir gekaufte Spiel von EA kam nicht davon, wegen dann bin ich halt aktivier mich und ich hauptsächlich immer wieder Alice probiere ja, das ist immer Alice aber irgendein anderes Spiel hat genauso angefangen ich weiß aber nicht mehr wie es heißt das ist schon ein paar Wochen her, keine Ahnung mehr auf jeden Fall nervige Scheiße na gut, ich geh auch zu den Leuten, die EA immer grundsätzlich ablehnen gehen von nach dem Motto, wenn es nicht kostenlos ist von EA, ist es nichts wert aber das sehe ich auch in Bezug zum Epic Games Launcher also Epic Games wenn ihre kostenlosen Angebote können sie ruhig raushauen wie nichts Gutes Geld sehen sie von mir trotzdem niemals dafür ist Epic Games einfach zu scheiße und ich habe noch kein Unternehmen gesehen, was schlechter ist als Epic Games und Epic Games ist schon die Krönung der Schlechtigkeit die ultimative Krönung man muss schon wirklich wenig Interesse haben an seine Community und Spielerschaft und potenziellen Kunden um so zu werden wie Epic Games also man muss schon verdammt wenig Interesse für diese Menschen haben ok, nette Rätselanlage beziehungsweise Puzzle-Einlage nett gemacht ein bisschen meh, aber nett oh ah ok ein Gegner der sich einfach in nichts auflöst äh ok ok ich nehm's so hin soll da niemand behaupten ich hätte Lust drauf gehabt ihn zu töten oder diesen Gegner zu besiegen soll da niemand behaupten äh ok einfach weg ja und das sind so die Probleme die dieses Spiel einfach hat diese kleinen Bugs wo ich mir schon denke ja ich wollte nicht zufällig den Gegner besiegen oder äh ich wollte das Puzzle nicht zufällig irgendwie lösen oder dieses Objekt haben ne gar nicht ne warum noch hab ich doch nicht nötig wenns einfach verschwindet ja auch eine Brücke wird im Pfad vervollständigen aber diese Substanz versperrt den Weg hilfst du uns sie zu entfernen ich glaube ich habe das geeignete Werkzeug oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden schick schick ha Metiers ach j innocence ein Kanaruni. Ich kann uns ein paar Kanarunis machen. Noch ein bisschen Tee. Mein lieber, Tee. Ich glaube, der Tee hat ihn nicht gut bekommen. So gar nicht. Aber ich habe ja sich noch aus wie Salzstreuern. Ich finde das interessant, was mich manchmal für Nachrichten erreichen. Und, hattest du Erfolg dieses Jahr beim Sex haben? Nö. Ja, ne, ich auch nicht. Ja, okay, warum fragt man mich das jetzt? Menschen, ich finde euch alle lustig und toll und wunderbar. Ihr seid wunderbar. Liebe Menschen. Ich bin Single. Wie sollte ich da, äh... Nö? Wo sollte ich Erfolg haben? Ja. Ich bin Single. Wie sollte ich da, äh... Oh, da habe ich selber gemerkt, dass dein NPC hängt. Ja. 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 Oh man, geht hier mir grad auf den Sack, ey. Stimmt Babyface. Woah, woah, woah. Boah, ein Gegner ist mir immer voll auf den Sack, geht gerade hier, ne? Aber anscheinend ist er nicht mal eingreifbar, wenn er nur mal kurz dein Gesicht hergezogen ist. Meine Fresse, muss ich jetzt weiter nach oben klettern, oder? Ich kann schon wieder in die nächsten kommen. Ich werde gerade verrückt. Ne, sorry Leute, jetzt hätten wir einfach nur Munitionsverschwendung. Und ich habe nicht mal Munition. So weit finde ich euch einfach nur nervig. Nein, wow, ewig spawne Gegner. Wow, das ist ja mal... Wow, die Neuheit. Das ist ja so, er ist fuck krass, alter. Ne, ewig spawne Gegner, das ist ja so, wow. Wow. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorbene. Vergessen ist eine Kunst. Sorry Entwickler, dabei ist es nur nervig. Endlos spawnen der Gegner. Ja, das ist... Nervig. Sorry, das ist nicht so saglos, aber... Als Spieler hättest du gerne die Befriedigung, dass du auch was bewirkt. Wow, und sogar noch Schaden kriegst, während die Kamera fährt. Wow. Nehme Ernst, ich möchte das Gefühl haben, dass ich hier was bewirke, dass ich... Richtig... Richtig der harte Motherfucker bin. Der hier alle Gegner platt macht, aber hier... Nö. Ewig spawne Gegner, die mich verfolgen. Wow, das ist so... Sorry, aber ist das langweilig. Muss man mal... muss man mal freisch noch zu sagen. Hüter von Frosch und Pflichten, schau dich nicht auf deinen ehemütigen Ameisen. O mächtiger Falter, o schlafender von Berge, viel weiniger Herr und Versehen und Gipfel. Möchtlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Pflichten, schau dich nicht auf deinen ehemütigen Ameisen. O mächtiger Falter, o schlafender von Berge, viel weiniger Herr und Versehen und Gipfel. Möchtlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Pflichten, schau dich nicht auf deinen ehemütigen Ameisen. O mächtiger Falter, o schlafender von Berge, viel weiniger Herr und Versehen und Gipfel. Okay, das ist das einfach nur... Ja, okay. Betet ihr mal, ich... Ich geh dann mal. Ich hab's nicht so mit Sekten. Wow, zu weit entfernt. Das geht? Wenn's, das geht? Okay, ich wollte schon fragen, wie soll ich jetzt da aufkommen? Hm. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetzt mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Was ist denn Spalier? Wo schlafen wir von Berge, viel weiniger Herr? Ich kenn zwar viele Fremdwörter und Eigenarten, aber Spalier? Nie was von gehört. Kann da ein Baum sein. Jetzt hab ich look auf. Jetzt muss ich später mal nachgucken, was Spalier eigentlich bedeutet. Bitch, look auf. Weil das Wort selber hab ich noch nie gehört, in meinem ganzen Leben noch nie. War dieser Ladruckner jetzt nötig? Auskleber würde Nein sagen. Auskleber würde Nein sagen. Die Klaus Kleber-Parodie mit Plumpukistan. Fragt mich nicht, warum mir immer so random Dinge einfallen. Ich weiß es selber nicht. Irgend so eine Gehirneigenart. Beobachte, lerne und reagiere. Heißer Tipp. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warte, Alice kann ziemlich gut brennen. Ey, du hast... Du hast die Scheißkette nicht mal richtig gegriffen. Ich will sofort für mich eigentlich verorschen. So eine Kette ist zum Greifen da und nicht einfach nur andeuten und sie geht trotzdem mit runter. Was hat denn da so gefällt? Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzy! Lizzy! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzy! Schließt die Tür auf! Du verbrennst! Ich möchte mal gerne wissen, wer für die Animation zuständig war und deren Korrektheit. Den würde ich echt mal sagen wollen... Mach deinen Job! Wir haben doch keine... Oh, Grabe, 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 Tofflinge! Grabe, Grabe, Grabe! Tofflinge! Tee! Wie einfach mal die Steuerung hängt! Ja, kannst du die Zeit überstehen, dann muss ich einfach nur rumrennen. Ich muss wirklich sagen, die gesamte Herausforderung hier ist, scheiße, ja wow, ich hab überlebt, wow. Ich hab überlebt eigentlich durch Nichtstun, wenn man es so sieht, einfach durch Nichtstun, ja überlebe die Zeit, ja rumrennen und den Gegnern ausweichen, das ist so, das ist mehr als nur unbefriedigend, das ist scheiße. Ja, ich bin so jemand, ich stehe auf knallharte Herausforderungen, je geiler die Herausforderung, umso härter die Herausforderung, umso glücklicher bin ich, aber das, das ist einfach nur miese Scheiße. Da hätte man designtechnisch was anderes bieten können. Zum Beispiel, löscht du so und so viele Gegner in der und der Zeit aus? Oder versuchst du, versuchst die Gegner in einer bestimmten Reihenfolge zu töten? Was hättest du irgendwie mehr gebracht? Ich mein, selbst Doom, das allererste Doom hat, das perfekt hinbekommen. Boah, ich glaub gar nicht, wie viel Spaß ich damals mit dem ersten Doom hatte. Also die Neuauflage von Doom, ne, also nicht das Komplett-Erste, sondern die Neuauflage, aber das Komplett-Erste hab ich auch gespielt. Okay, durch war schon ziemlich geil, aber reden von der Neuauflage, mit den Herausforderungen, das haben sie meines Erachtens perfekt hinbekommen. Und so krass gut gemacht. Ja, und wenn ich jetzt hier diese Herausforderung von Alice sehe, denke ich mir einfach nur, was soll das Scheiß? Wow. Ihr habt euch eine, ich verbrenne mal eben, Animation gespart. Dafür. Wow, und der Flammeffekt ist nicht mal vollständig. Da wird sogar einfach mal nebenbei ausgeblendet. Da wird nicht mal richtig angezeigt. Worauf ich wieder alles achte, das ist so heftig. Wird sie da ein Sprite benutzt, wie die Flamme? Das ist etwas hoch auf Lösungen und Spite, das sieht echt gar nach aus. Das ist eigentlich zwei Spites sein sollen, aber einer. Nein, Spite und Partikel-Effekte zusammen. Nur, dass da eben die Partikel-Effekte nicht richtig rüberkommen. Oh, gar nicht. Ich glaube, das hat mit der dort Distanz zu tun. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich will versuchen, erst nach oben. Ja, ich muss nach oben. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Das hat mich jetzt hart verwirrt. Und dieses Kamera-Faten. Das ist Zeitverschwendung. Oh, meine Fresse. Kann ich mich wieder ins klein machen? Wirklich? Ja, okay. Die Partikel werden aber in einer gewissen Distanz nicht mehr wirklich angezeigt. Das ist schon hart. Das ist wirklich hart. Aber noch herter ist, dass ich jetzt einfach getötet wurde. Das hätte gepasst. Das hätte hammerhart gepasst. Wenn so von der Größe würde es passen, könnte es da durch. Und es lockert unten drunter. Aber nö, Pustekuchen. Ich will ja nicht mal sagen, dass das Spiel scheiße ist, aber... Einige Dinge hätte man besser machen können. In der Umsetzung. Und selbst auf den Last-Gen-Konsolen hätte es da noch perfekt gefunzt. Und sogar mit hohen FPS-Sets dann gut gefunzt. Wollen wir mal reingehen in das schöne Bild und dann schauen wir mal, was ist da erwartet. Die Kriegführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Ah, mir würden da so einige einfallen. Also schlimmere Schicksale. So was zum Beispiel. Was ich wiederum an Alice Martin's Returns sehr bemerkenswert finde, ist die Kreativität, die man hier geboten kriegt. Man hatte schon eine genaue Vision. Und genau die gefällt mir. Massiv. Das Level-Design ist echt schön und echt geil. Außer so kleinen Ruckland-Bugs und einigen Entscheidungen, die ich dir persönlich in Frage stellen würde. Weil, warum? Gut, das soll noch herausfordernd sein. Hier hat mich jetzt sonst beschwert. Habe ich die Stelle noch? Heute? Im Grunde mag ich das Spiel sogar extrem. Es ist richtig schön. Das ist gut. Es hat ein tolles Gameplay, aber an einzelnen Sachen weiß ich echt nicht. Dann stelle ich mir echt die Frage, warum? Aber sonst gefällt es mir mit allem. Uh, das war knapp. Habt ihr jetzt wirklich von mir erwartet, dass ich sauberen Sprung hingelege? Meine Fresse. Ihr wisst schon, dass ich von Kraft auf mein Maximalanzeige gedrosselt ist. Ich würde das nur erwähnen. Aber jedes Problem kriegt man gelöst. Aber das war jetzt bescheuert. Okay, liebe Leute, ich häng' fest. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, euer Akashi. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal was Schönes da. Oh. Wow. Ja, lasst mal was Schönes da. Ich hab' euch lieb. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Vielleicht häng' ich hier. Du hast dich stimm' ich jetzt da hin, so. Haun-Sirenen. Und das war's Schönes da. Tschüss.